Ich denke, das wissen andere Leute auch, dass ihr nur nicht so ganz bereit dafür seid. Und die... Und die restliche Bevölkerung auch noch nicht so. Deswegen ist es auch noch nicht so weit. Es kann sich immer jederzeit ändern. Ich warte ja nur noch auf den Startschuss, mehr oder weniger. Also eigentlich ist jetzt... Wie bei Domino-Steinen. Also es ist eigentlich alles aufgebaut. Man müsste jetzt eigentlich nur noch den ersten Stein umwerfen. Ja? Irgendwas fehlt dann noch. Irgendwie ist man noch nicht so weit. Mir ist das auch aufgefallen. Also bei der Berichterstattung der Bild-Zeitung, auch vor ein paar Monaten oder so, wo es dann irgendwie... Da kamen dann ein paar krasse Dinge. Für Bild-Zeitung fällt uns nicht krass. Von wegen, ja, irgendwie kein Bock mehr auf Corona. Und hier, ich will mir da nichts mehr vorschreiben lassen. Ich hatte das auch, glaube ich, mal irgendwie gepostet oder so. Oder dann kamen noch andere Ausschnitte, wo ich dann gesehen habe, ja, wer will das noch mitmachen und bla bla. Und da habe ich gedacht, ja, okay. Aber dann hat man das irgendwann wieder ein bisschen zurückgefahren. Also, keine Ahnung. Keine Ahnung, auf was da noch gewartet wird. Ja, wie ist meine Interpretation davon? Was bedeutet das für uns? Ist jetzt doch die hohe Inflation abgesagt? Oder haben wir tatsächlich so etwas wie eine Trendwende? Na, du weißt es besser. Selbstverständlich nicht. Aber wir sehen, dass es noch nicht an der Zeit ist, den finalen Dominostein umzuwerfen. Im Gegenteil, aktuell wird es ein bisschen abgelenkt, offenbar diesbezüglich von der Brisanz, die in diesem Zusammenhang zu erwarten ist. Nichtsdestotrotz erwarte ich einen sehr dynamischen und sehr heftigen Herbst. Und, dass hier ein bisschen auf Zeit gespielt wird bis dahin, könnte durchaus dazu führen, dass die Fallhöhe noch einmal ein klein wenig erhöht wird, bevor es dann richtig kräftig nach unten geht. Warten wir ab, was geschieht. Aber ich denke schon, dass das jetzt einfach da in eine bestimmte Richtung gehen wird. Ich warte nur noch auf den Startschuss sozusagen. Mich überrascht das sogar ein bisschen, dass wir nicht längst bestimmte Dinge gesehen haben. Einige Dinge haben wir schon gesehen. Auch die ja auch eine hohe symbolische Wirkung haben. Allerdings, wie kann man dazu sagen, nicht die Auswirkungen, sondern die... Ach, wie sagt man denn dazu? Ja, einfach das, was dann kommt. Ja? Ja, da hat jemand A gesagt, aber B kommt irgendwie nicht. Oder ist noch nicht da, warum auch immer. Ja? Also... Ey, keine Ahnung. Ich frag mich echt, was da abgeht.